Also ich kann mir meine Arbeitszeiten hier sehr flexibel auch einteilen, je nachdem auch, ob ich aus dem Büro arbeite oder auch von zu Hause aus arbeite, also remote. Wir haben jetzt keine fixen Arbeitszeiten. Es gibt natürlich Kernzeiten, wo die Mitarbeiter alle verfügbar sein müssen und erreichbar sein müssen. Ansonsten sind wir hier sehr, sehr flexibel und gehen gerne auf Vorlieben von den einzelnen Mitarbeitern ein. Das Thema Familie und Beruf lässt sich sehr, sehr gut vereinen durch die Arbeitszeitmodelle, die es bei BILA gibt. Wir haben ein sehr nettes, kleines Großraumbüro mit sehr großen Aufenthaltsmöglichkeiten, einer großen Küche, wöchentlich frisches Obst, reichlich Kaffee natürlich und auch eine Kantine, wo wir gemeinsam Mittagessen gehen können. Prinzipiell hat jeder Mitarbeiter seinen Firmenlaptop, sein Firmenhandy, falls nötig, falls sogar Bedarf besteht, ein Firmenwagen. Ich nutze Benefits von BILA in vielfacher Hinsicht, sprich zum einen natürlich im täglichen Alltag, im täglichen Einkauf die Mitarbeiterkarte, die uns Vergünstigungen ermöglicht, aber auch zum anderen schon mehrfach verwendet unsere BILA-Apartments, wo man sehr vergünstigt auch eine Woche Skiurlaub im Bad Gernkirchheim zum Beispiel machen kann, was natürlich für die Familie auch sehr toll ist. WDR-2012서도 WDR-2012